Mein Name ist Konstantin Moser, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Mödlingen. Ich bin derzeit Student des Studiengangs Wirtschaftsberatung. Unser Studium ist ein betriebswirtschaftliches Grundlagenstudium, das sich aus drei Semestern Grundstudium und anschließend zwei Semestern Spezialisierung auseinandersetzt. Was mir wirklich gefallen hat, war Steuerrecht, einfach weil das einmal die ersten Einblicke waren in etwas, was für den alltäglichen Gebrauch wirklich relevant sein könnte. Also wir haben in unserem Studiengang auch die Möglichkeit Praxisprojekte wirklich umzusetzen und das freut einen natürlich auch, wenn die dann in der Realität erscheinen und wirklich erfüllt werden. Grundsätzlich ist es so, dadurch dass wir jetzt einen neuen Campus wirklich im Zentrum von Wiener Neustadt haben, bietet sich natürlich ideal die Möglichkeit, dass wir ins Stadtzentrum gehen. Dadurch dass wir auf einer Fachhochschule sind und alle in Kleingruppen arbeiten oder teilweise in großen Vorlesungen zusammen sind, wirklich auch aneinander wachsen und mehr miteinander zu tun haben, so dass auch neue Kontakte und Freundschaft geschlossen werden können. Also ich glaube, dass das Studium ideal für alle ist, die ein wirtschaftliches Grundverständnis erlangen wollen. Besonders mit den fünf Spezialisierungen kann man sich dann wirklich auch noch einmal weiter vertiefen und somit, glaube ich, ist es ideal für jeden zum Einsteigen, der auch wirklich sagt, er hat Interesse an der Wirtschaft.